Es geht jetzt darum, eine vollständige Funktionsuntersuchung der Funktion f von x gleich Wurzel 2x plus 5 minus 1 zu machen und die habe ich immer Madness genannt, das heißt Monotonie, Asymptoten, Asymptoten heißt auch Globalverlauf, Verhalten wie plus minus unendlich, Definitionswertebereiche, Nullstellen, Extremwändestellen, Symmetrie und senkrechte Tangenten. So, mit was fange ich normalerweise an? Die Nullstellen sind meiner Ansicht nach immer das Einfachste. Das heißt, ich setze das Ganze hier zu Null, gleich Null. Wie geht das weiter? Ja, wir isolieren die Wurzel, ich addiere 1, also schreibe ich gleich gleich 1 hin. So, nächster Schritt. Denken Sie daran, dass Quadrieren keine Äquivalenzumformung ist? Das heißt, Quadrieren, dann kommt raus x, 2x plus 5 gleich 1 zum Quadrat. Also erst die Wurzel isolieren, dann quadrieren. So, und dann löse ich das nach x auf und kriege 2x gleich minus 4 oder x gleich minus 2. So, und dann habe ich hier die Nullstelle oder aber auch nicht. Was muss ich noch machen? Ich muss die Probe machen, weil Quadrieren keine Äquivalenzumformung ist. Da setze ich die minus 2 hier ein und erhalte f von minus 2. f von minus 2 gleich Wurzel aus 2 mal minus 2 plus 5 minus 1. Das ist Null, das passt. Also, wie gesagt, die Probe ist hier an der Stelle obligatorisch. So, das waren die Nullstellen. Jetzt kommen die Extremstellen. Was muss ich für die Extremstellen machen? Ja, bitte. Mal ableiten. So, und es handelt sich hier um eine verkettete Funktion. Die innere Funktion ist 2x plus 5. Die äußere Funktion Wurzel aus g minus 1. Also, schreibe ich das mal auf. Also, die innere Funktion 2x plus 5. Die äußere Funktion Wurzel g minus 1. Dann brauchen wir die Ableitung der jeweiligen Funktionen. Was ist die innere Ableitung? Ja? 2. Und die äußere Ableitung ist Wurzel g ist g hoch 1 halb. Das ist 1 halb mal g hoch minus 1 halb. Ich bekomme also als erste Ableitung 2 mal 1 halb mal g hoch minus 1 halb. Das 2 und das 1 halb hebt sich weg. Das g kann ich da wieder einbauen. Und das ist dasselbe wie 1 durch Wurzel aus 2x plus 5. Ja, dann haben wir die erste Ableitung. Wir sehen, die erste Ableitung, die ist immer ungleich 0. Die ist immer ungleich 0, also keine Extremwerte. Die zweite Ableitung, das rechne ich jetzt hier nicht, die ist auch immer ungleich 0. Also, das heißt, das schreibe ich irgendwie hier mal hin. Das ist auch ungleich 0, also keine Wände stellen. Also, keine vielleicht inneren, innere Extremwerte, also mit nur lagrechten Tangenten. Gut, so, das heißt, damit habe ich das E. Die Symmetrie, die können wir auch vergessen. Da reden wir nämlich als erstes wieder über den Definitionsbereich. Wie finden wir denn den Definitionsbereich heraus? Also, wir schauen uns an, was da nicht mutierend ist, zum Beispiel 2x plus 5. Die Wurzel darf ja nicht negativen von bestehen. Genau, also das heißt, das 2x plus 5, das Argument der Wurzel, muss größer gleich 0 sein. Das ist der Fall, wenn 2x größer gleich minus 5 ist, oder wenn x größer gleich minus 2,5 ist. Also, das heißt, das ist mein Definitionsbereich. Der Definitionsbereich ist asymmetrisch. Und wenn schon der Definitionsbereich asymmetrisch ist, kann die Funktion nicht symmetrisch selbst sein. Also, Symmetrie keine. Wir haben den Definitionsbereich. So, jetzt kommt der Wertebereich. Und der Wertebereich ist durchaus erwähnenswert. Wie rechne ich den Wertebereich? So, für x gegen 2,5. Und minus 2,5 gegen was geht das? Das setze ich einfach ein. Ich schreibe die minus 2,5 hier mal gelb. Ich setze es einfach ein und ich erhalte Wurzel aus 2 mal minus 2,5. Plus 5, minus 1. Ja, und was kriege ich da raus? Also, das heißt, das ist quasi das f von minus 2,5. Und ich setze es ein, rechne es aus, sehe, die Wurzel wird 0, da kommt minus 1 raus. Also, das heißt, minus 1 ist zumindest ein Kandidat für den Rand des Wertebereichs. Jetzt für x gegen unendlich. Da setze ich unendlich ein. Sie wissen, das ist im Abi verboten. Ich mache es trotzdem. Ich schreibe das mit Rot, ist jetzt Orange hin. Das heißt, bitte im Abi so nicht notieren. Das ist Wurzel aus 2 mal unendlich plus 5, minus 1. 2 mal unendlich ist? Unendlich. Unendlich plus 5? Unendlich. Wurzel unendlich? Unendlich. Unendlich minus 1? Unendlich. Gut, also, das heißt, da sieht man, das Ganze ist unendlich. Also, das ist unendlich. Und das bedeutet insbesondere keine waagrechten Asymptoten. Das heißt, damit habe ich die Asymptoten auch schon abgehandelt. Senkrechte Asymptoten haben wir auch nicht, weil das hier gegen minus 1 geht. So, des Weiteren können wir noch mehr sagen. Wir stellen nämlich fest, dass diese erste Ableitung nicht nur ungleich 0 ist, sondern egal, was Sie für das x einsetzen, die Wurzel ist immer positiv, das ist immer größer als 0. Wenn die erste Ableitung immer größer als 0 ist, dann ist die Funktion streng monoton wachsen. Gut, und so, das bedeutet für den Wertebereich, der Wertebereich läuft, der kann nicht weiter runter gehen, weil Sie ja streng monoton wachsen. Das heißt, der Wertebereich ist der Bereich zwischen minus 1 und unendlich. Beachten Sie bitte, dass die minus 1 im Wertebereich selber mit drin ist. So, dann habe ich Monotonie. Und jetzt fehlt noch ein S, das ist senkrechte Tangente. Tatsächlich hat die Funktion eine senkrechte Tangente. Ist die Frage, ob man das im Abitur braucht, ich erwähne es an der Stelle. Und zwar, ich schalte es wieder mit rot hin, das ist das f' an einer ganz bestimmten Stelle. An welcher Stelle haben wir hier eine senkrechte Tangente? Ja, 0. Ne, wenn ich da 0 einsetze, wird es gerade. Genau, der Rand hier, der Rand ist problematisch. Also f' von minus 2,5. Wenn ich da die minus 2,5 einsetze, kriege ich raus, 1 durch Wurzel aus 2 mal minus 2,5 plus 5. Das ist in dem Fall 1 durch plus 0, also 0 von oben. Und das ist in dem Fall unendlich. Das heißt, ich habe eine senkrechte Tangente an der Stelle minus 2,5. Ja, es geht jetzt darum, wie aus dem Graphen von Wurzel x der Graph von Wurzel aus 2x plus 5 minus 1 entsteht. Wie funktioniert das? Was müssen wir dazu machen? Ja, Pince? Umformen in Wurzel von 2 mal die Klammern x plus 2,5 minus 2,5. Jo, tatsächlich müssen Sie das irgendwie so umformen. Anhand dieser Funktionsgleichung können Sie das ablesen. Also das heißt, da haben Sie mehrere Zahlen, die da irgendwelche Dinge bedeuten. Ja, letzte Reihe bitte. Verschiebung minus 2,5,5 und 10. Ja, das ist richtig, aber es ist immer wieder etwas, es ist immer wieder eine Frage des Zeitpunkts. Und was tun wir zuerst? Das habe ich Ihnen gesagt in Klasse 10. Erst strecken. Dann verschieben. Und das heißt, Sie sollten mit der Streckung anfangen, die 2. So, was bedeutet also die 2? Das ist eine Streckung mit dem Faktor in Richtung. Und dann kommen Ihre Verschiebungen. Letzte Reihe bitte. Und den Faktor 1,5 x. Ja, ganz wichtig, hier müssen Sie ein 1 durch 2 schreiben. Diese 2 ist quasi gelb. So, dann kommen wir zu minus 2,5. Das ist eine Verschiebung. Verschiebung um in Richtung. Und dann haben wir noch die minus 1. Das ist auch eine Verschiebung um in Richtung. So, also die minus 2,5 ist der Bitte. Verschiebung um minus 2,5 in x Richtung. So ist es. Oder Sie können auch sagen, um 2,5 nach links, das würde auch gehen. Und die minus 1 gleich mit. In y Richtung. Ja, und das ist dann eine Verschiebung um minus 1 in y Richtung. Jetzt finden Sie, ich mache noch eine Zeichnung, dass Sie die Funktion, den Funktionsgrafen mal etwa sehen. Der beginnt irgendwo, geht dann hier so nach oben weg. Er beginnt im Punkt minus 2,5 minus 1. Dann haben wir kurz danach die Nullstelle. Ich glaube, die war bei 2. Bei minus 2, das heißt, hier habe ich die minus 2. Und irgendwie wandert das Ding dann noch so nach oben weg. Also so sieht die Funktion aus. Das ist eben eine Funktion, die irgendwo beginnt. Hier habe ich eine senkrechte Tangente. Keine weiteren Asymptoten. Das ist etwa der Funktionsgraf hier. Das ist auch die Funktionsgraf hier.